Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ori and the Blind Forest. Ja, wir haben es jetzt endlich geschafft hier durchzukommen. Hinter diesem Auge habe ich noch diesen Felsbrocken hier oben und ich weiß nicht, wie ich den schaffen soll. Scheiße, ich habe ich gespeichert. Nein, 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 nein. Also ich komme, da werde er nie drüber kommen. Der Stein, der ist einfach viel zu nah dran. Ich würde das nicht schaffen. Ich würde das nicht schaffen. Ich würde das nicht schaffen. Wow. Ne. Kann ich nicht triggern. So ist es, äh... Schade. Nein, 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 nein. Oh. Ich komme mir nicht drüber weg. Das ist so furchtbar. Wie soll ich das denn schaffen? Habe ich irgendwie eine Karte oder so etwas nochmal? Ähm... Ähm... K-k-k-karte. Karte da. Wie komme ich da durch? Hm. Ich muss vermutlich dadurch, aber dadurch zu kommen wird es schwer werden. Da ist eine Möglichkeit, die wir diesen Felsen irgendwie, äh... zu hintergehen. Das war schön. Lachen. Ich will es schon schaffen. Nein, 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 nein. Ah, verdammt. Nein, 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 nein. Verdammt. Okay. Selbst das schaffe ich nicht. Ah, verdammt. Ah. Ich muss versuchen, irgendwie über den Stein rüberzukommen. Ah. Zu spät. Mann. Was? Ich hätte es fast geschafft. Ich hätte es fast geschafft. Nein. Ich hätte es fast geschafft. Ich hätte es fast geschafft. Ich hätte es fast geschafft. Oh mein Gott. Noch einmal. Ich springe irgendwie zu früh ab, habe ich das Gefühl. Warum? Warum? Warum zweifle ich an diesem Scheiß Ding an? Da muss ich auch wieder eine Möglichkeit geben. Das hätte ich fast geschafft, das hätte ich fast geschafft. Das hätte ich fast geschafft. Nein, 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 nein. Komm schon. Ich muss irgendwie trainieren. Und zack. was? Oh, das ist so fies. Das ist so fies. Das ist so fies. Aber es ist so fies. Aber es ist doch eine Möglichkeit, diesen Stein irgendwie zu überwältigen. Nein. Oh, Leute. OTH RICHARD STREGE Boah. Geschafft, geschafft, geschafft. Alter, Walter. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Jetzt muss ich nur nochmal speichern können. Ich hab's geschafft. Ich hab's tatsächlich geschafft. Das ist so cool. Wir wollten später hier zurückkehren. Es gibt noch so viel zu erkunden. Und wir sollten... Unten sollten wir einen Ort finden, der einst hier zu Hause nannte. Speichern. Jawohl. Ich speichere erstmal. Den sich lasse ich mir nicht entgehen. Ich hab's geschafft. Boah, das war ein echtes Abenteuernis. Oh. Ach, wie gut ich gespeichert habe. Wie schön. Haha. Hm. Boah, wir haben's geschafft. Wir haben's tatsächlich geschafft. Ich kann's nicht glauben. Oh. Verdammt. Ich will da hoch. So, gespeichert. Verdammt. Ich will da hoch. Ich will was, was da ist. Ich will da hoch. Ich krieg das auch hin. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Klatsch. Besser, ich töte mich einmal. Da muss ich mich mal wieder versuchen, hochzukommen. Wir wissen, was da oben ist. Ich komm da nicht hin. Ach, warte. Ach, warte. Ich hätt's fast geschafft. Ach, Mann, oh. Das Spiel ärgert mich. Mit Absicht. So. Es ist wirklich schwer. Einmal mit der Tastatur. Ich mach das hier alles mit der Tastatur und Maus. Oh. Latsch. Ah, fast. Also, es geht wirklich in die Arme rein, muss ich schon sagen. Na komm. Ach, komm schon. Ich muss kurz auf die Karte gucken. Wie komm ich noch mal auf die Karte rein? Äh. Wo? Ne, da. So, da oben ist etwas. Das kann... Ja, da komm ich rein. Da müsste ich hinkommen. Das ist etwas, was mich jetzt reizt zu finden. Ich hab dieses Kartenfragment, was würde ich da einsetzen? Oh, komm schon. Ah, fast. Oh, wir haben's geschafft. Jawohl. Boah. Juhu. Wir haben etwas Neues gefunden. Ja, Mensch. Das war S und Leertaste, ne? Moment, was war das nochmal? Da komm ich aber nicht hin. War das nicht S und Leertaste, um runterzukommen? Oh, da muss ich hier auch irgendwie einen Hebel betätigen. Offenbar. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Ich speichere das mal. Spiel gespeichert. Und Tabs. Zack. Okay. Okay. So. So, was haben wir auf der Seite denn noch? Autsch. Oh nein, ich habe da gespeichert. Na, das ist echt ehrlich. Oh. Ja, komm. Oh, ich vergesse mal, wenn ich hier Tast nicht drücken muss. Ah, Tab. Wo muss ich hin? Ich muss zum Ginso-Baum. Der ist da oben. Äh, Kartenlegende. Ähm, Seelenverbindung dort. Vier brauche ich. Vier Teile dafür. Wie komme ich denn hier runter? Zerstörbarer Boden. Ach so, den kann man zerstören. Aber mit was denn? Spiel gespeichert. Aber hier kann ich den Boden zerstören. Upsa, komm. Zack. Und? Oh, ein letzter Versuch kurz. Na, komm. Könnte ich dann irgendwie... Äh, Fertigkeiten. Weil ich will nicht da und irgendwie speichern und dann, äh... Erst mal, muss ich... Erst dann kann ich ins Minus, wenn ich mich ein bisschen ärgerlich. Ja, hier ist mal speichern. Und dann darf ich erst ins Fähigkeiten-Menus rein. Komm schon. Au. So. Okay, was haben wir hier? Ähm... Was ist denn hier? Hm. Zack. Neue Energie aufgesammelt. Verdammt. Stimmt, die Höhle kann ich ja jetzt auch ein bisschen leichter erforschen. Waschen. Moment. Und... Komm ich da hoch. Autsch. Tot. Ach gut, dass ich hier gespeichert habe. war eine sehr gute Entscheidung. Na komm. Ach. Ach. super jetzt muss ich einfach nur aufpassen dass ich hier weiterkomme alter und ich bin tot ist doch ärgerlich woher kättakana Ich lerne es einfach nicht. Nee, ich lerne es einfach nicht. Nun gut, ich würde sagen, ich beende die Folge. Bleibt mir gewogen. Und bis morgen in einer neuen Folge. Ciao.